So, wird alles jetzt erstmal aus dem Boot gebaut. Aber warum habe ich das nicht gleich mit aus dem Boot gemacht? Ach man. Jetzt hätte ich mal lieber Bucket installieren und dann schnell World Edit. So, meine Lieben. So, wird auf jeden Fall ein ganz schönes Haus. Jetzt werde ich den ziemlich toll ausschmücken. Meine ganzen Ideen und meine ganzen Tipps gleich reinpumpen und euch zeigen. So, ich würde als erstes jetzt mal hier eine Umrandung ziehen. Obwohl, die nicht da ziehen, sondern lieber ganz außen. So, so einiges schöner. So. Dann würde ich hier... Hm. Mach ich so. Die kommt dann der Balkon hin. So, ungefähr auf diese Höhe. So. Der wird drei breit. So. So habe ich mir das gedacht. Ah, es wird schon wieder Nacht. Ich brauche jetzt einen Tag. Set. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. So. Dann zieht er wieder in die Mauer. So. Natürlich so. So, dann kommen hier zwei schöne Fenster rein, so, ein davon, so, ist das Ohr erledigt, bisschen hiervon, bisschen davon, so, ich will auf jeden Fall ein Haus mit sehr vielen Fenstern haben, aber nicht so viele, dass es schon wieder sehr viel wird, also mache ich hier Fenster rein, wie mir so gedacht, und da habe ich auf, da kommt die Treppe nach oben hin, zum coolen Schlafzimmer dann, hier werde ich keine erstmal bauen, keine Fenster, aber da dann wieder hier hier werde ich auch erstmal, doch hier werde ich welche bauen, und dort auch, dann sollten eigentlich die Fenster relativ gut verteilt sein, hoffe ich mal, dann geht es gleich weiter, dann baue ich gleich die Etage hier, ich beschleunige das mal schnell, so, blablabla, okay, super, das ist auch erledigt, dann sollte als nächstes hier die Treppe entstehen, ich hoffe mal, kann ich noch eine weiter nach vorne machen, also hier ungefähr, boom, boom, dann würde ich, da, 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 weg machen, so, dann kann ja jeder ganz gechillt hochlaufen, okay, puh, puh, dann packe ich mal das Dach an, und wie würde ich das denn machen, so, ich will erstmal so ringsrum bauen, oh nein, ich mag kein Regen, stört mich immer so, oh nein, ich mag kein Regen, so, dann kommt jetzt, was ganz schönes, hm, lass mich überlegen, so, wollte ich das machen, so, das sind hier, so ein schönes Fenster entsteht, so, ich finde schön, und hier würde ich das auch nochmal machen, also, wenn das mal nicht schön ist, äh, dann weiß ich auch nicht weder, so, ich hab, ich hab auch so ne Frage an euch, also, ich, also, ich spiele in letzter Zeit nicht so oft Minecraft, und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich noch so let's playen kann, oder Tutorials, was ihr was, wo ihr Hilfe braucht, zum Beispiel mal ein Mod installieren, bei Spoutcraft, bei Techit, könnt ihr mich einfach, die Frage stellen, was ihr wollt, wo ihr wollt, ich beantworte sie für euch, ich, denke mal, ich weiß fast alles über Minecraft, ich, ja, wenn ich, suche ich das mal raus, wenn ich es vergessen habe, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ihr, ob ihr ein Komplett-Online-Server wollt, zum Beispiel bei Nidorado.net, da könnt ihr gerade kostenlose Online-Server mieten, aber allerdings sind sie denn mit Werbung, das war kein Tipp an euch. Tja, hoffentlich komm ich dann hier noch ruhig auf.